Das ist das Werk, welches mit uns ist, Umdatul Ahkam, vom großen Imam und Hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi. Möge Allah ihm barmherzig sein. Und würde man sagen, dass Abdul Ghani al-Maqdisi nach den Gelehrten der Salaf und nach den Gelehrten der ersten drei Generationen, dass er zu den größten und wissendsten Gelehrten überhaupt zählt, dann wäre das nicht weit hergeholt. Und deswegen kann man auch sagen, dass er zum Beispiel der Mujeddid des sechsten Jahrhunderts ist. Er ist geboren im Jahr 541 nach der Hijra und gestorben im Jahr 600 nach der Hijra. Deswegen sagte ich das sechste Jahrhundert. Und es gibt auch noch eine Besonderheit, auf die selten hingewiesen wird, jetzt nicht nur bezogen auf das Wissen von ihm, sondern auch auf die Aqida. Und zwar die saubere Aqida. Die Aqida von Ahl-Sunnah wal-Jamaah, die Aqida der Salaf al-Salih. So gehört er, Abdul Ghani al-Maqdisi, zu denen, also ich rede jetzt von den späteren Generationen, der eine sehr saubere Aqida hatte. Und es ist mir nicht bekannt, dass er irgendwelche kleineren oder größeren Ausrutscher hatte, wie es bei anderen vielleicht ab und zu der Fall war. Und er hat auch großartige Werke verfasst. Dazu gehört unter anderem dieses Werk, welches jetzt mit uns ist. Und er hat noch ein anderes Werk. Das nennt sich Umdat al-Ahkam al-Kubra. Das besteht aus ungefähr 860 Hadithen. Also im Groben zweimal so groß wie Umdat al-Ahkam. Die Besonderheit von Umdat al-Ahkam ist, das kommt inshallah auch gleich, dass alle Hadithen dort von al-Bukhari und Muslim überliefert wurden, also muttefaqun alay sind. Und Abdul-Ghani al-Maqdisi hat auch ein anderes Werk verfasst. Das nennt sich Al-Kamal fi asma'i al-Rijal. Die Hadith-Gelehrten haben, sowohl die früheren als auch die späteren, haben häufig über die Überlieferer gesprochen. Vor allem die Überlieferer in Qutub al-Sitta, in den sechs Hadithwerken. Und er, Abdul-Ghani al-Maqdisi, hat etwas Gewaltiges geleistet. Er ist gekommen und hat alle Ruat, also alle Überlieferer, die in den Qutub al-Sitta vorkommen, genommen und diese in einem Buch erwähnt und über sie gesprochen und erwähnt, wie sie eingestuft wurden. Und diese Vorgehensweise, so ist er wahrscheinlich der Erste gewesen, der das gemacht hat. Und spätere Gelehrte wie al-Mizzi oder ibn Kafir oder al-Zahabi oder ibn Hajar, diese haben dann sehr profitiert von diesem Werk von Abdul-Ghani al-Maqdisi. Und dann gibt es natürlich auch weitere Tugenden und Besonderheiten bei ihm. Und er stammt ursprünglich aus Jema'il. Und Jema'il liegt in der Nähe von Nablus. Das ist im heutigen Philistin. Und Nablus liegt etwas nördlich von Beyt al-Maqdis. Und er ist dort auf die Welt gekommen, im Jahr 541 nach der Hijra, aber zu einer sehr schwierigen Zeit. Damals waren die Hurub al-Salibi, also die sogenannten Kreuzzüge, sie waren dort verbreitet und die Muslime wurden von diesen Kafir bekämpft. Das ging über viele Jahrhunderte. Und aufgrund dieser Situation ist dann, als er noch ein kleiner Junge war, ist seine Familie ausgezogen. Sie haben Philistin verlassen und sind nach Damaskus gegangen. Und als sie dann in Damaskus ankamen, Damaskus war eine große Stadt. Und es gab dort viele Gelehrte. Sie haben sich in der Stadt nicht wohl gefühlt. Sie haben gesehen, weil sie kamen aus einer kleinen Ortschaft, aus einem Dorf. Und dann Damaskus auf einmal eine große Stadt. Und vor allem auch in Bezug auf andere Sachen war es für die Familie von Abdul Ghani al-Maqdisi, die Maqadissa, war Damaskus nicht passend. Dann haben sie gesagt, wir lassen uns etwas außerhalb von der Stadt nieder. Ungefähr 10 bis 15 Kilometer damals von der Innenstadt entfernt oder von Al-Masjid al-Umawi. Und sie haben sich dann dort niedergelassen, haben dort einige Häuser gebaut und eine Moschee und ebenfalls Schulen. Und die Leute, also diese Maqadissa, die dort sich niedergelassen haben, sie waren rechtschaffende Leute. Und als dann die Leute aus Damaskus gesehen haben, wer sind diese Leute, die sich hier bei diesem Berg, bei dem Berg von Kassion niedergelassen haben, hat man ihnen gesagt, das sind die so und so. Dann haben sie diese Gegend als As-Salihiyah bezeichnet. Und ich kenne diese Gegend sehr, sehr gut. Als As-Salihiyah bezeichnet, also die Gegend der Rechtschaffenen. Und mit ihm war zum Beispiel auch sein Cousin Ibn Qudama, der bekannte Imam, der bekannte Faqih Ibn Qudama al-Maqdisi. Und sie waren Freunde, also Freunde, natürlich Verwandte, aber auch Freunde und auch während ihren Reisen oft zusammen gewesen. Das im Groben zu seiner Jugend. Als er dann etwas älter wurde, knapp 20 Jahre alt war, hat er angefangen, sich auf die ersten Wissensreisen zu begeben. Und er reiste sehr viel. Unter anderem reiste er nach Baghdad, ebenfalls nach Iskanderia. Heute wird das Alexandria genannt. Das liegt im Norden Ägyptens. Er reiste auch nach Beit al-Maqdis und nach Al-Mosul. Das ist eine Stadt im heutigen Nordirak. Und vor allem reiste er auch nach Asbahan, also Isfahan und Hamadan. Das sind zwei Städte, die im heutigen Iran liegen. Dort hat er dann von vielen Gelehrten gehört und gelernt. Und zu seinen Lehren gehörten unter anderem Abdul Qadir al-Jilani. Als er nach Baghdad ging, war er sogar derjenige, der sie empfing. Und ebenfalls Abul Faraj ibn al-Josih, bekannter hanbalitische Gelehrte. Und in Iskanderia Abu Tahir al-Silafi, der große Hafif seiner Zeit. Und in Asbahan Abu Musa al-Madini. Das sind einige seiner Lehrer. Darüber hinaus hatte er auch viele Schüler, wie zum Beispiel seine Söhne Abu al-Fatih, Mohammed und Abu Musa Abdullah. Und Diyahuddin al-Maqdisi von seiner Familie, gehörte auch einer der Hufad, gehörte zu seinen Schülern. Und ebenfalls Al-Yunini, das ist derjenige, der Sahih al-Bukhari mitgesammelt hat in seiner Zeit.